je hat ja gut angefangen gut ich habe schon ein eric hat gemacht und noch ein paar teile geholt ja und dann haben zu merken dass es tot wird was soll ich sagen das zersplittert läuft die nun schon gut test 123 test 123 test 478 424 vielleicht habe ich nicht reden vielleicht muss ich meine visage halten meine scheiß fresse was könnte denn sonst noch leistung fressen meine flette Okay, das gehört zu G-Data. Boah, Flieger. Heute läuft viel schief, was Aufnahmen betrifft, ne? Ich hoffe, dir geht's gut im Totenreich. Nicht. Ist irgendwas im Hintergrund am Laufen? Ja, ich hab gerade, seitdem du nicht mehr aufnimmst, ähm, das Hauspark an, aber das kann ich ja wieder muten, wenn du wieder aufnimmst. Oder meinst du bei dir? Ich mein, bei mir. Achso. Ich bin weg und weg und, äh, dabei tue ich nichts. Ich weiß nicht. Vielleicht kann man die Leistung noch erhöhen. Wenn ich testweise was sagen soll, sag Bescheid. Okay. Uuuhh. Hm. Kann man denn hier die... ... 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